Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück zu Rule the Waves 3 from Ironclad to Missile Age. Und zuerst möchte ich euch natürlich frohe Ostern wünschen. Ich hoffe, ihr könnt die Festtage oder Feiertage, möchte ich es mal nennen, oder der ein oder andere feiert da bestimmt auch irgendwas. Ich bin leider Atheist, was heißt leider, aber ich bin Atheist. Von daher ist das für mich einfach nur ein stinknormaler Feiertag. Ich feiere da irgendwie nichts, aber naja, wie auch immer. Hauptsache, ihr könnt diese freien Tage oder Feiertage in Gesundheit und so verbringen, wie ihr euch das vorstellt. Und habt vielleicht ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter als wir heute. Wir wollten heute eigentlich einen Ausflug machen, aber das Wetter spielt hier nicht mit. Aber das ist alles unwichtig angesichts der weltpolitischen Lage. Es kriselt ein bisschen im Osten, es kriselt ein bisschen weniger, aber es kriselt im Westen. Vielen, vielen Dank für eure Beteiligung in der Kommentarsektion. Ich lerne da immer einiges von euch. Das ist wirklich fantastisch. Und seht es mir nach, wenn ich Posts irgendwie erwähne und den Namen dazu nicht nenne. Ihr könnt euch gerne dann immer unter dem Video beschweren. Hey, ich war das. Da wissen alle, dass du es warst. Ansonsten, ich habe die Namen da einfach nicht immer auf der Pfanne. Aber speichere mir das trotzdem ab und sehe ja auch, wer da sich rege beteiligt. Ich hatte mit einem Kameraden hier über die Veneta diskutiert oder beziehungsweise er hat mich hier beraten. Dann, ja, Flugzeugträger nicht notwendig in Nord- und Ostsee. Prinzipiell ja. Also gerade die Ostsee lässt sich eigentlich ganz gut ohne Flugzeugträger bestreiten. Und das sind jetzt, sage ich mal, Erfahrungen, die ich jetzt aus dem wahren Leben, jetzt nicht wirklich meine Erfahrungen, aber so eine Einschätzung, die ich jetzt aus dem wahren Leben in dieses Spiel übertrage. Ich habe selber mit Flugzeugträgern in diesem Spiel noch keine Erfahrungen. Also korrigiert mich da gerne. Aber ich mache sowas ja auch immer ganz gern ein bisschen rollenspielerisch. Und so möchte ich dann jetzt auch einfach mal argumentieren. Ostsee ist klar. Da brauchen wir den Träger nicht. Aber dieses Seegebiet ist ja nun mal ein bisschen mehr als die Ostsee. Also wir haben hier durchaus auch den Nord-Ost-Atlantik, so nenne ich es jetzt mal, nicht den gesamten Nordatlantik, aber zumindest den Osten vom Nordatlantik, hier zur Verfügung des Weiteren. Weil also ursprüngliche Diskussion war halt, wir haben jetzt gute Marinefliegerbasen hier und können eigentlich die heimischen Gewässer gut kontrollieren. Das ist richtig. Aber wie gesagt, stoßen wir hier in den Atlantik vor, was ja vorkommen kann. Dann ist es nicht so verkehrt, einen Träger dabei zu haben, der unsere Großkampfschiffe hier abschirmt gegen feindliche Flugzeuge, die vielleicht hier noch, ist es nicht so, aber das kann ja durchaus dann kommen. Also hier in Skapa Float zum Beispiel haben wir eine Airbase. Also das schaffen unsere Flugzeuge nicht. Und selbst wenn die in Reichweite sind, es dauert ja auch immer ein bisschen, bis die Flugzeuge vor Ort sind. Die teleportieren sich da ja nicht hin. Die müssen da ja auch hinfliegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich finde es schon, ein Träger macht Sinn, auch mit der derzeitigen Lage, wo ich wohl zustimmen würde, dass er nicht Sinn macht, obwohl das jetzt nicht Teil der Argumentation war, dass Träger im Jahr 1921 nicht so effizient sind, da die Flugzeuge nicht so effizient sind. Ja, die Flugzeuge sind langsam, das heißt, die haben eine lange Time-to-Target quasi, also einen langen An- und Rückmarsch. Ja, sie sind nicht so kampfstark wie moderne Flugzeuge und und und. Ja, die Träger können nicht so viele Flugzeuge laden etc. Aber die Admiralität möchte auch Erfahrungen sammeln mit Flugzeugträgern. Und da finde ich es eigentlich rollenspielerisch, aber ich habe auch einfach Lust drauf, muss ich sagen. Da finde ich es eigentlich eine ganz feine Sache hier, die Veneta in den Träger umzubauen. Und des Weiteren, wir gehen mal hier rein, des Weiteren, wir machen mal das Design auf, ist das, wenn auch das Baujahr gleich ist. Ich finde aber, es ist ein bisschen älteres Design, kann man das so sagen, es ist ein anderes Design. Aber ich finde, es ist weniger schlagkräftig jetzt als hier die Viktoria-Klasse. Die hat immerhin 12 mal 8 Zoll, also 12 mal 20 Zentimeter Geschütze. Die hat insgesamt vier Rohre weniger. Und der Rumpf ist auch nicht so modern. Also hier können wir mit der Geschwindigkeit noch ein bisschen höher gehen. Ja, also wir kriegen hier dann relativ moderne Geschwindigkeiten hin. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Viktoria-Luise-Klasse ist, finde ich, ein bisschen, ja, die können wir einfach ein bisschen länger behalten. Die Tonnage ist halt hier auch relativ niedrig. Wir können jetzt schwere Kreuzer bauen mit 13.000 Tonnen, ich weiß, mit kleineren Geschützen. Aber eben dann auch modernere Kreuzer, schnellere Kreuzer. So. Vor allen Dingen bleibt hier abzuwarten, wie sich das hier entwickelt. Ja, es kann durchaus mal sein, dass sich diese Limitierungen hier verändern. Kann auch sein, es, naja, hoffentlich verlängert es sich nicht noch weiter. Aber es kann jederzeit, wir können ja mal schauen, ob es hier an welchen potenziellen Konflikte, ja, wir sind eigentlich hier so der Hotspot, sage ich mal, der Diplomatie zurzeit. Und wenn wir einen Träger brauchen, dann haben wir keinen, ja. Und dann einen zu bauen, ja, dann ist vielleicht die Veneta noch beschädigt oder sogar versenkt. Weder die Hertha noch die Viktoria Luis können wir umbauen, also die möchte ich einfach nicht umbauen. Dann müssen wir einen Neubau starten, da sind wir bei zwei Jahren dabei, in Dienststellung, ja, Ausbildung der Mannschaft und so weiter. Also dann sind wir schnell bei zwei, zweieinhalb Jahren, bis wir eine Trägergruppe dann in See haben. Ja, also ich mache trotzdem jetzt einfach mal weiter, aber ich glaube, wir werden jetzt die Veneta hier das mal in Angriff nehmen. Wir haben einen forschungstechnischen Durchbruch und zwar die Torpedowaffe geht hier gestärkt aus dieser Sache raus. Frankreich und China increases, weil die Franzosen Tonkin haben, das ist Indochina. Tonkin ist, ich will es gerade mal zeigen, dem einen oder anderen sagt der Begriff, was, ist das nicht in, das muss doch, das muss doch in Hawaii sein. In, das ist, äh, in Hawaii genau, ähm, Tanhor, hä, Tonkin, in der Bucht von Tonkin war doch der Zwischenfall, äh, mit dem amerikanischen Kreuzzerstörer, entschuldigt bitte, was dem Vietnamkrieg nicht ausgelöst, aber als Vorwand gedient hat. Okay, danach, komisch. Ich bin irritiert, äh, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wo Tonkin ist, aber ich dachte, das ist in Nordvietnam. Mann, nun gut, vielleicht, aber, also, in der Bucht von Tonkin war das, glaube ich, ne, dieser Zwischenfall, wie hieß der Zerstörer noch, weiß das jemand? Der da, ich glaube, von zwei Schnellbooten bedrängt wurde oder angegriffen wurde oder so. Also, so, wir machen nochmal weiter. Ich erhoffe mir noch den ein oder anderen technologischen Durchbruch vielleicht. bei, ähm, bei, ähm, bei unserer Trigger-Technologie, is offering to sell us, ähm, ähm, ja, warum eigentlich nicht, oder? Also, gut. Was haben wir denn, Alba, nach, können wir uns die Forschung hier angucken? Wir können die auch gar nicht bauen. Und 13 Zoll sind, t-t-t-t-t, 33 Zentimeter, ne? 7,5, ja, ungefähr. 15 zoll sind 38 zentimeter also das wird hier für unsere bismarck klasse und 12 zoll sind die 28 zentimeter dann für die deutschland klasse und die scharnhaus klasse brauchen wir die überhaupt ist die frage ich glaube nein brauchen das überhaupt nicht vor allen dingen russische geschütze eignen sich hervorragend für paraden russische waffen und für zivile ziele für den gegner auf dem schlachtfeld ist es in der regel nicht so gut geeignet advanced explosive shells nice reduced that rate ich hoffe das gilt auch für torpedos aber wahrscheinlich nur für he geschosse messerschmitt mir 88 ist einsatzbereit da können wir uns eigentlich mal drum kümmern wir haben jetzt auch wieder ein bisschen geld von daher also ein bisschen budget hier offen für bauarbeiten sage ich mal ships in service und ich schicke die einfach mal in die ostsee und jetzt müssen wir mal überlegen wir gucken uns das noch mal auf der karte an ich habe ein bild fort bis da kann ich auch airbase ja den button hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht aber ich habe ja einen hervorragenden stab hier in der admiralität der mich hier immer unterstützt ja ein herführer ist nur so gut wie seine generalstabsoffiziere möchte ich mal meinen okay pillow ist der östlichste stützpunkt von daher würde ich da aufklärung und marine flieger wir können in kolberg dann sie kann man noch dann sie kolberg machen wir torpedos und ja okay airgroups pillow ich würde 20 machen dann einfach und zwar gerade noch mal checken was wir hier für typen haben vielleicht müssen wir aircraft types so fighter müssen wir unbedingt modernisieren das geben wir jetzt mal das machen ist glaube ich oder genau fighter request float plane würde ich dann auch noch mal an hier haben wir die messer schmidt natürlich ja klar und dann haben wir das würde ich dann auch noch mal warten okay also wir machen aufklärer wir machen nur die aufklärer obwohl wir haben doch hier noch die do es ist aber keine coole reichweite wo sind wir hier range 130 für den aufklärer da hat sowohl die arado als auch die dornier eine größere reichweite nicht so cool ich glaube wir hatten die auch nicht persönlich in auftrag gegeben das können wir ja mal machen da würde ich mal die du bauen und da bin ich tatsächlich ja pur okay das ist auch nicht so toll def 2 was heißt denn hier def 2 in klammern absolut okay also ich würde er groups pillow add air unit dann machen wir nein haben wir gerade gesagt patrol und dann würde ich 20 maschinen machen change name marine marine flieger geschwader oder flieger geschwader 1 machen wir mal so okay und dann würde ich das in tender noch machen und den rest warten wir mal ab aber wie gesagt also die die auf der aufklärer hier der gefällt mir jetzt irgendwie nicht da muss sein wie mehr drin sein für den aufklärer mit mit der reichweite 88 auf der anderen seite pillow ich würde im maßstab wäre hier ganz geil also kann man das vielleicht aber dass man einfach mal eine vorstellung hat wie viele kilometer das sind ja und berlin ist ungefähr hier oder hier sind so 300 kilometer kann das sein hier so drei 400 450 kilometer schätze ich mal 450 so bis das ist doch schon mal ein anfang ja dann haben wir jetzt geld offen ja sollen wir mal so ein schlachtkreuzer hier umbauen die fürst bismarck mal modernisieren so da werden wir mal die maschine ersetzen und ich würde ganz gerne das crossfire ja crossfire deck haben tonnage von 25.000 tonnen ich würde mal versuchen die beiden türme hier weg zu machen und dann machen wir das durch grafisch auch fein hier warum ist hier ein kran nach das ist gucken wir mal hier boot ja set position zack set position zack die kräne kann man eigentlich lassen oder das passt trotzdem ganz gut set position ne machen wir erstmal das ja with divisions was auch immer das heißt so ist das null okay dann würde ich hier mal das kaliber erhöhen und hier machen wir zwillingstürme draus auto place frage ist ich will das aber als schlachtkreuzer weiterführen so ich muss mich mal ein bisschen bequemer hinsetzen kann ich besser denken das auf jeden fall bulged an additional deck armor 30 knoten das ist doch ganz nice increase elevation für bessere reichweite improve director haben wir schon drin dreadnought dreadnought 25 director das wird ja das geht noch 90 ganz 90 shells ist natürlich echt wenig so ich weiß nicht ob das jetzt alles geht error when rebuilding ships you cannot install additional segmented above 6 inches kaliber nor change turret types installing additional hull 28 knoten wir haben jetzt wieder ein bisschen gewicht you cannot install additional segmented above 6 inches wenn ich jetzt kreise matte mache das ist sehr egal ja tetria ganz clear must be smaller than secondary guns ja ok flak können wir da auf jeden fall noch einbauen so kann man jetzt auch wieder 12 machen zack i cannot install additional segmented guns of 6 inches but only in single turret mounts ah ok signal mhm this cramped ah ja ok das müssen wir auch noch ändern normal und dann machen wir single und dann machen wir aber 10 auto place und dann können wir nämlich hier noch ein bisschen mehr munition mitnehmen und dann brauchen wir flak director und medium flak geschütze gehen ups jetzt mache ich hier so upper belt top turret hier können wir noch ein bisschen was nachzimmern top turret können wir auch ein bisschen verstärken rebuild 16 aber das darf ich ja alles nicht wegen des flotten abkommens ne kann ich jetzt hier nicht so machen das ist ja nicht erlaubt tja ja wegen treaty und so aber der hat schon irgendwie moderne geschütze auch drin ne normal kannst du ja hier draufklicken und sagen ähm modernisiere mir die geschütze jetzt haben wir halt vier elf zoll geschütze weniger und zwei secondary guns weniger wir haben aber besseren schutz wir haben zusätzliche deckspanzerung könnten das hier noch auf speed machen dann sparen wir noch ein bisschen gewicht dann können wir nämlich den cunning tower noch weiter verstärken und die türme noch weiter verstärken so haben wir auch immer noch luft für mehr für mehr flack wenn ships you can remove the cunning tower but not change its armor thickness what wie kann ich den removen da gibt es wieder irgendwo einen versteckten knopf den ich noch nicht gesehen habe top side load clear all armament das muss ja hier irgendwo sein oder you can remove the cunning tower but not change its armor thickness ich weiß ja nicht was wir da vorher hatten due to lack of accruity training and elevation gear for secondary turtle total was meint ihr ey wir machen das mal einfach nur mit neuer maschine ich habe im increased elevation ich habe kurz herv director von secondary guns da machen wir das ein bisschen simpler weil da jetzt die die haupt artillerie da so zu schröpfen halt ja das ist ja auch nicht so geil das chip herr skirmt das machen wir natürlich auch noch bald machen wir noch normal additional deck armor die das kriegen wir nicht hin autoloader dann können wir noch ein bisschen flack nachrüsten und ein bisschen munition das ist wenig ne 110 schuss ist wirklich wenig normal wir könnten hier auf speed gehen dann haben wir noch ein bisschen naja für die 10 schuss die machen den kohl dann auch nicht fett ne director haben wir ich würde es mal so machen ich hätte mir gerne hier eine schöne mittelartillerie gewünscht halt ja aber das macht ja keinen sinn weil wir das kaliber hier so niedrig halten müssen gerne gerne schreibt mir eure gedanken dazu in die kommentare es kostet uns 2.700 monatlich ist aber in 14 monaten fertig und dann läuft der k in 28 knoten increased elevation safe and finished so machen wir das okay gut dann würde ich sagen machen wir weiter sind bei 27 minuten das geht ja noch vier korvetten sind fertig und dann würde ich direkt den anderen schlachtkreuzer auch in die werft schicken äh original war seems immanent in the balkans one of our major arms manufacturers wants to step up exports ähm we should avoid ne ja ja machen wir mal also am idealsten wäre es eigentlich wenn irgendwo anders auf der welt krieg ausbricht nicht bei uns und wir so halt hier nicht mehr an die limitierungen gebunden sind okay das hat sich ein bisschen beruhigt mit england vor allen dingen das ist gut und ich würde ganz gerne dann nochmal die victoria louise auf den prüfstand stellen und die bekommt hier auch eine moderne maschine ups so all in turbine oder sollen wir noch warten bis wir hier magazine box und so den ganzen kladderadachi erforscht haben so 30 knoten 28 knoten max ja und der andere schwere kreuzer rumpf der ist sogar nur auf 25 knoten erweiterbar ne aber hier haben wir dann schon mal bulged increase inclination äh elevation entschuldige bitte hier machen wir auch noch einen director rein proof director haben wir schon ein bisschen mehr munition ah flack 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 brauchen wir kann nach wie vor keiner mittlere flack bauen so und dann können wir hier noch ein bisschen hoch gehen nice 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 da geht noch was 170 schuss ist schon bedeutend besser 160 schuss 200 schuss und so erweitert sich auch die tonnage heimlich so oder haben wir eine größere reichweite wir haben eine immune zone von 12.000 bis 6.000 yards 12.000 bis 16.000 yards damit können wir gut leben ich hätte natürlich gerne die additional deck armor genommen aber ja vielleicht in einem weiteren modernisierung schritt ich weiß es nicht glaube nicht heavy okay wir haben ah okay ja klar ne das geht natürlich so nicht da habe ich irgendwie war ich im Rausch im flackrausch ich mache nochmal ein bisschen weniger was denn wenn ich jetzt das wäre schon geil ne weil gerade auf die Distanz ne also da ich mache mal hier zack ob das was ändert 087 087 ne ne oder ist es ein Weg zu retofit all chips zu protekt gegen plunge fire und bombs Nö, dann nehmen wir die bei ordentlich Munition mit. So, dann haben wir es. Okay, yes, und auf geht's. Next turn. So, Zerstörer, Tethys. Schönes Bild, oder? Toll. Was ein Ding, abgefahren. Irgendwie auch crazy, dass die Dinger schwimmen, oder? Die sehen irgendwie so aus, als wenn die im Sturm sind, fallen die um oder so. Also, das ist irgendwie total merkwürdig aus. Double Reduction Gear. So, Patrol Aircraft, die Dornier 90 ist ready. Aircraft Types. Und was haben wir jetzt im Einsatz? Arado. Ja, dann machen wir die mal obsolet hier, dass die ausgetauscht wird. Und Fighter ist dann bald fertig. Dann machen wir mal weiter. Ähm, okay. Da. Die Tethys kriegt neun Kommandanten. Sign Commander Average. Dann müssen wir wohl irgendeinen nehmen. Klima. Next turn. So, drei Zerstörer. Dann können wir direkt das nächste Bauprojekt in Auftrag geben. Ja, das ist doch viel, viel geiler. Ich bin echt froh, dass wir nochmal neu angefangen haben, Leute. So, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Light Anti Aircraft Effectiveness. Sehr schön. Wir könnten halt jetzt auch mal einen Neubau überlegen. Oder, ja, lass es doch mal so machen. Wir machen immer zwei Schiffe in die Modernisierung. Und dann würde ich jetzt mal einen Neubau in Auftrag geben. Und zwar einen leichten Kreuzer. Oder sollen wir noch warten, bis wir irgendwelche Durchbrüche haben? Ich glaube nicht, ne? Wir sind ja very advanced. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Design Ship. Einen leichten Kreuzer. Ach so, wir konnten natürlich warten, bis wir hier artilleriemäßig ein bisschen bessere Technologien haben. Also, dass wir halt... Naja, das mal... Ne, also, dass wir bessere Türme zur Verfügung haben. Machen wir mal weiter. Ups, das habe ich jetzt gar nicht gelesen, was da stand. Entschuldigt, bitte. So, vier Schiffe sind fertig. And a decimant treaty enforce the Reichstag. Ah, toll. Britishman is offering to sell us the rights to submarine. Jo. Wollte ich doch sagen, oder? Also, das nehmen wir doch dankend an. Dass der Engländer uns hier U-Technologie verkauft. Herz, was willst du mehr? The penalty for modern... Ah ja, Fleet Tactics. Nice. New Fighter Prototype. Already. Okay. Dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt hier haben. Also, eine Arado. AR 91. Geschwindigkeit 65. Wir gucken schon mal hier. Nein, hier Max Speed. Cruise Speed. Also, die Heinkel 92 gefällt mir. Von daher jetzt erstmal am besten. Wir gucken mal. Manövrierbarkeit. Geschwindigkeit ist natürlich hier, die Junkers sind ein bisschen besser, aber doch bedeutend langsamer. Und die Henschel, habe ich Heinkel gesagt? Henschel, die ist ein bisschen weniger tough. Was sagt die Firepower? Sie sind identisch. Carrier, yes. Ich würde, glaube ich, ja, Geschwindigkeit ist hier key. Wobei natürlich die Manövrierbarkeit, aber, also, wenn jetzt hier die Arado, wenn die 13 hätte, ja, dann würde ich die Arado nehmen. So, nehmen wir die Henschel. Und fangen direkt auch zwei Geschwader aufzustellen. Und zwar würde ich mal Wilmshaven nehmen. Add Air Unit 20 Maschinen. Fighter und Change Name, Jagdgeschwader 1, nennen wir Jade. Machen wir das? Vielleicht, äh, so. Nee. So, ja. Jade. Okay. Und ein zweites Jagdgeschwader dann in Danzig. Add Air Unit, machen wir auch 20 Maschinen. Äh, nee, 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 ne, Fighter. Change Name. Jagdgeschwader 2. Nennen wir es Danzig. So, okay. Dann geht's weiter. Also, zwei Schiffe. Haben wir Working Up beendet. Konzept, okay. Okay. Suffer Temporary Setback, okay. Au. Von unserer Zerstörerwaffe. Zweimal Setback. Close to Mastering. In Training and Elevation. Power Training and Elevation. Nein. Hier. Die Arcona kriegt einen neuen Kommandanten. Fregattenkapitän Wolf für die Arcona. Nee. Wir nehmen Baumgärtel. Und dann kriegt die Tetes Assign Commander. Können die mehrere? Ähm, jetzt bin ich irritiert. Ich will kein Prestige bezahlen. Ähm. Es ist jetzt ein Problem, dass der auf zwei Schiffen angeklickt ist, aber hä? Ähm, Power Training and Elevation. Äh, Rate of Fire. Also, die Feuergeschwindigkeit unter 8 Zoll. Hat sich erhöht. Ähm. I have suffered Setback. Ah, scheiß. Nicht gut. Baumgärtel. Tetes. Jetzt ist da irgendjemand auf der Tetes. Fregattenkapitän Klima. Na, toll. Aber dann ist der jetzt ja frei, oder nicht der? Wer war das denn? Fregattenkapitän? Ja, Sommer, oder? Wolf oder Wolf? Wolf war das, glaube ich. Sommer ist ja auf der Frauenlob. Ja, aber gut. Nützt uns jetzt auch nichts. September 21. Wo haben wir? Forscher haben wieder einen Rückschlag. Was macht hier Ships under construction? Wir kriegen wieder Gelder gekürzt. Das können Politiker wirklich gut. One of our ships has opened fire on a fishing boat from Japan, seeking the boat and killing several fishermen. How do you rig? The boat was fishing in a... Nee, also das war unser Fehler. Das zahlen wir jetzt auch für. Das fällt natürlich auf mich zurück, wenn meine Leute sich nicht im Griff haben. Das ist klar. The head of naval aviation wishes to bring your attention to torpedo bombers. Not now. Das machen wir lieber selber. Ah, das gibt aber Prestige für Lust. Nee. Das war jetzt das Event, ne? Ich habe das bei meiner amerikanischen Kampagne, glaube ich, da gab es dann Prestige. Wenn ich da Yes gemacht habe, Prestige für Lust. Wenn ich da No gemacht habe, Fighter, Fighter. Dann ist der hier obsolet. Hier. Absolut. Und dann entwickeln wir jetzt ein Torpedo-Bomber. Und zwar Reichweite und Toughness. So. Ja, cool. Ja, genau. Mach nochmal weiter runter. Also. Problems. So, die HS92 ist Einsatzbereich für den operativen Dienst. Das ist wunderbar. Some officers are concerned that we have too few destroyers protect our battleships and cruisers against enemy submarines. A recent study says that we need at least seven more destroyers. Ja, ich wollte eigentlich auf die 2000 Tonnen destroyer warten, aber dann bauen wir einfach welche. The Chancellor has returned from a state visit to the Soviet Union, bringing home a proposal to solve outside the sources of tensions we can never trust. Ja, we can never trust. Mastering advances. Nice. Da gibt es einen Rückschlag. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir gucken uns nochmal an. Wir haben in drei Runden, dann gibt es auch wieder Geld. Dann können wir nämlich die Zerstörerflotte mal weiter ausbauen. Wir haben hier auch noch einen Haufen Zerstörer, die noch nicht einem Geschwader zugewiesen sind. Ja, das wird es dann in der nächsten Folge geben. Und dann hoffe ich mal auf den ein oder anderen technologischen Durchbruch hier für die Veneta, dass wir die umbauen, weil den Kreuzer wollte ich echt nicht modernisieren. Und ja, dann denke ich mal, werden wir so nach und nach halt, wir haben noch einen Schlachtkreuzer jetzt hier. Dann die Oldenburg-Klasse müssten wir eigentlich auch mal angehen. Das ist sogar noch wichtiger als, von wann ist die ja, 1916. Gut, das ist nicht ganz so ein alter Hobel. Was hat die für ein Kaliber? 15 Zoll. Das sind 38 Zentimeter. 10 Zoll, 25. Nee, 3. Oder? Ich hasse das, ne? Dieses Umrechnen. 10 Zoll sind 25 Zentimeter. Also 12, ja, das sind auch so ein 38 Zentimeter, ne? 15 Zoll. Das ist ein gutes Kaliber. Okay, ihr Lieben. Ich bin der Basti und ich bin raus. Ciao, ciao. Ich bin der Basti. Oh, genau. Da ist es erstmalig. Ich bin der Basti und ich bin der Basti, sunglasses es kaum.